Nein, mein Rad dreht sich gar nicht so schnell, Digga. Sag doch nicht, dass ich das dann schaffe, Mann! Ey, der hat gar keinen Plan, der Junge. Ja, das hast du! Schaffst du, keine Sorge. Mann, das dreht sich doch gar nicht so schnell, Mann! Das Deig ist scheiße! Paragraf 5721 Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Burnage-Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Was geht, Freunde und Freundinnen? Mein Name lautet Danny Burnage und willkommen zu einer Runde Trace Evolution mit dem... Giorginio, was geht ab? Ich werde den Danny zerstören, Alter! Wenn wir ja sehen. Okay, wir spielen... Warte, was war das? Oh, jetzt ist es zu spät. Auf jeden Fall ist ein extreme Map dabei. Welches Dings da nimmst du? Welche Bike? Ich nehm dieses Rote. Oh, hab ich das jetzt auch genommen? Ich hab keine Ahnung, Alter. Digga, du musst mir nicht nachmachen, ja? Ich weiß gar nicht, ob ich das auch genommen hab, aber ich glaub schon. Okay, auf jeden Fall wird der Giorgio jetzt erstmal schön verlieren. Los geht's, Freunde. Ach du Scheiße. Wirst du verlieren, Giorgio? Scheiße, Alter! Ich werde ihn nicht verlieren, weil ich nämlich der Gott bin. Digga, kannst du mir bitte einen Gefallen tun und bitte etwas realistisch erzählen? Ja. Bitte, aber das muss nur ein bisschen realistisch sein. Das soll nicht so realistisch sein, aber bitte ein bisschen. Wenigstens. Alles klar, Digga. Mach ich. Und zwar werde ich ihn ziemlich fertig machen. Obwohl man sagen muss, er hat viel mehr Erfahrung in Dings da. Jaja, jetzt kommt er wieder da mit an. Aber das ist natürlich Danny. Weil gleich, wenn er dann doch verliert, dann heißt es wieder... Was? Alter, was geht denn hier ab? Ich bin in Führung. Wenn ich doch verliere, ja? Was heißt es dann? Dann heißt es wieder... Du hast das früher auf den Xbox gespielt. Ja, hast du aber auch. Gib es doch zu. Nö. Doch hast du, natürlich. Alles schon Gerüchtiger. Ach so, jetzt willst du es nicht zugeben, ne? Nein, Mann. Ich gebe überhaupt nichts zu, weil es nichts zuzugeben gibt. Ach so. Ne, er hat das schon mal gezockt. Also, ich habe das noch nie so richtig gezockt. Aber er hat das schon mal gezockt. Aber das ist nicht so schlimm. Ich werde trotzdem gewinnen. Stimmt's? Digga, warte mal. Warte. Nein. Stimmt natürlich nicht, Freunde. Wir wissen natürlich, dass der Danny eine große Fresse hat. Nein, Alter. Das nervt voll diese Scheiße. Mann! Boah, wenn du jetzt einholst, ne? Ich hasse dich, Alter. Digga, Alter, ich komme... Alter, diese Fässer, ne? Danny! Danny! So, da bin ich wieder, Digga. Oh, endlich, Alter. Fuck, Alter. Wie er es anpisst. Oh, Mann, was mache ich da? Danny, Danny, Danny! Wehe, du schaffst es jetzt, Alter. Digga, Digga, komm. Ja. Danny. Klasse, mein Herz klopft von dem Video, Alter. Alter, bei mir auch gerade. Also, das war gestern nicht so. Digga, äh... Digga, äh... Digga... Digga... Fuck, yeah! Nein! Ey, was geht denn ab, Alter? Nein! Da rein! So! Alter, was war das für eine Geburtschutz? Scheiße! Digga, er hat nur, er hat... Aber, das ist noch nichts entschieden. Nein, hier kommen natürlich noch fünf Strecken. Oh, Anfänger, Alter. Äh, auch die Sote, ne? Ja, ne richtige... Na, keine Ahnung, Digga. Ich muss so selber wissen. Ich gebe dir jetzt keine Tipps mehr. Digga, ich bitte dich, das ist doch... Das ist doch... Nein, Digga, nein! Ja, er will nur gewinnen, Alter. Du gewinnst eh nicht so, Alter. Wenn du auf solche Touren spielst, Alter. Du bist einfach schlecht. Du bist der übel schlechte, Digga. Guck mal, mein Bike ist schneller als deins. Hättest du lieber meins nehmen sollen. Komm, wie schnell meins ist. Oh, jetzt kommst du nicht hinterher. Digga, meins, ne? Ist aber das... Ja. Das Bike, Digga. Aber ich glaube, meins ist wirklich schneller. Kann das sein? Also mir kommst du ein bisschen schneller vor. Boah, ich mach noch ein Looping, Alter, weil ich einfach der King bin. Digga, du bist so King, Alter, dass du sogar 10 Loopings machst, Alter. Und, Digga, ich hab schon wieder gewonnen. Boah, scheiße, Alter. Was ist das denn für eine missgestaltende Spiel, Mann? Warum fall ich da hin? Mann. Und dann noch ein Minuspunkt. Alter, ich hasse das daran, ne? Digga. Christ Evolution Gold Edition, ja, ja. Gold Edition. Oh, egal, Digga, macht dir nichts aus. Jeder muss man verlieren. Ich meine, du hast schon den Black of Scythe verloren. Wenn du jetzt noch einen Trey verlierst, dann... Ja, ist sowieso schon peinlich genug, Alter. Digga, du bist peinlich genug. Scheiße. Was fällt dir ein, Alter, schneller zu sein? Oh, nein. Scheiße, Alter, wie machst du das? Ich mach was. Ja, machst du das? Wieso bist du so schnell? Das Skill, Digga. Das kennst du gar nicht. Alles klar. Scheiße, Alter. Oh, ich bin... Ja, nein! Ja, ja! Boah, Alter, ich hab gedacht, du holst dich doch ein, Mann. Du cheatest, Alter. Ohne Scheiße hat dich eingeholt, eigentlich. Oh, oh, extrem. Oh, extrem, Alter, scheiße. Egal. Ich mach dich trotzdem fertig. Aber extrem kann ziemlich lange dauern. Also macht euch für eine lange, lange Zeit gefasst, Alter. Oh, Digga, und ich hab das falsche Bike. Echt? Ich hab das rote genommen. Ja, das ist perfekt dafür. Echt? Ja, ich hab dieses Missgeburten-Bike. Ey, das ist voll gut, Alter. Hör auf mein sexy Bike zu. Verleidigen, Alter. Oh, Scheiße. Mit dem Bike krieg ich das auf jeden Fall nicht geschissen. Oh. Ich konnte gar nichts auswählen, Alter. Das Spiel, ne? Mhm. Natürlich hat das Spiel wieder Schuld, Leute. Ihr wisst Bescheid. Jetzt mal ohne Spaß. Ich konnte das gar nicht auswählen. Ja. Jojo? Kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Und mir bitte mehr davon erzählen? Digga, kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Nein. Nein. Ich bin mit dem Bike schon genug bestraft, Mann. Ja, natürlich. Jetzt gibst du dem Bike nicht Schuld. Aber das ist auch echt ein komisches Hindernis irgendwie. Man muss am Anfang nur mit dem Hintergrund aufkommen, so. Also, wie gesagt, ich hab Trice Evolution noch nie so richtig gespielt. Gestern ein paar, zwei Runden mit Georgiou hab ich natürlich gewonnen. Ja, ja. Erzähl wieder Geschichten, Alter. Ey, Digga, dass du das nicht mal zugeben willst, Alter. Ich weiß, wie das geht. Das ist voll einfach. Pass auf, Leute. Tak. Tak. Fuck yeah. Nein. Nein. Oh, scheiße, Alter. Ich hab mich halt so gefreut, Alter. Digga, so. Anhalten. Das ist also ziemlich einfach. Scheiße, das ist schon wieder schwer. Bist du weitergekommen? Hallo? Oh, Digga. Warte mal. Weißt du, wie das geht hier? Ja. Sicher? Oh, was denn dann, Alter? Zum Schluss. Scheiße, Alter. Wie soll das denn gehen? Achso. Scheiße. Ich schwirre, wallah. Boah, Alter. Was ist das denn für eine Strecke? Was haben die denn? Die Leute, die solche Strecke erfinden, Alter. Die haben richtig übels gekifft. Digga, das ist vor Asiaten gemacht, Alter. Ich wusste es. Boah, liebe Grüße. Nein. Immer wenn ich von Asiaten rede, denkt er an M-Core. Nein, das war so knapp. Digga. Du bist so rassistisch, Alter. Wenn M-Core das hören würde, der würde dich richtig töten, Alter. Digga, wer hatte das rassistische Thumb-Milk? Ich bin weitergekommen, wollte ich dir nur so mal sagen. Boah, das kann nicht wahr sein. Das ist ja richtig behindert, Alter. Wie kommt man auf solche Ideen, ey? Fuck. Ey, mein Bike ist die größte Missgeburt. Ah. Komm schon. Ey, Digga, ich komme einfach nicht weiter, Alter. Scheiße. Diese scheiß Räder. Oder so. Ja, das ist das Richtige. Oh, ich blende. Scheiße. Ey, Digga, ich komme mit diesem Bike hier gar nicht rüber. Natürlich nicht. Oh, beim nächsten Mal nehme ich das auch mit auf, Digga. Ohne Spaß. Das ist ja... Warum habe ich auch das schwarze Bike bekommen, Alter? Verstehe ich gar nicht, ey. Ich wollte das Rote. Das Rote ist perfekt für X-Train. Natürlich. Digga, weißt du was? Warte, ich muss jetzt echt überlegen. Wie komme ich jetzt da rüber, Digga? Überleg erst mal, wie du überhaupt gewinnen kannst noch. Na, deswegen habe ich gesagt, lass gleich eine extreme Map extra holen, Alter. Das ist voll gay, dass ich mit dem Bike hier spielen muss. Digga, das ist auch schwer, Alter. Ich komme hier einfach nicht rüber. Und das nervt mich, weil ich immer das Gefühl habe, dass du eh einen holst dann. Kennst du das, wenn man... Man ist viel weiter als der andere, aber... Fuck! Jesus! Wenn du das sehen würdest, ich schwöre... Ich weiß. Digga, muss man dann... Wenn man das Ding hier umgefahren hat, ne? Muss man dann oben drüber oder runter? Was umgefahren hat? Ja, das Ding hier. Digga, ich kriege es nicht hin, Alter. Ach, da musst du... Meinst du beim Rad oder was? Da, wo man gegenspringen muss. Ach, da, ähm... Äh, da... Warte, ich überlege gerade, wo du bist. Das ist immer schwer, sich zu erinnern. Digga, bei diesem Holzstamm, den man anfahren muss. Ach so. Ja, muss einfach drüber. Das schaffe ich nicht. Scheiße! Das schaffe ich einfach nicht, Digga. Das schaffst du, klar. Nein, mein Rad dreht sich gar nicht so schnell, Digga. Sag doch nicht, dass ich das dann schaffe, Mann! Ja, das schaffst du! Schaffst du, keine Sorge! Mann, das dreht sich doch gar nicht so schnell, Mann! Das Deike ist scheiße! Digga, ohne Spaß, ne? Du provozierst mich gerade wieder so unnormal. Mann, ey, der lacht schon wieder wie ein Frätsch, ey. Ey, ohne Spaß, Junge. Ey, das dreht sich einfach nicht! Das dreht sich! Das Bike ist so eine behinderte Missgestalt! Bist du dir sicher, dass es nicht dreht? Wie ein Versuch hast du, Digga? Sei einfach! Einfach ignorieren! Einfach ignorieren, Leute! Ne, ich hab doch, wen definiert die weniger Versuche als ich? Ich hab 105. Ziemlich peinlich, ich hab erst 50. Echt? Ja. Hör auf zu lügen, Digga. Doch, 50 erst. Abonnenten könntest du bestätigen, bestätigt das. Das sind die Kommentare, Freunde. Ja. Ja, also ich muss sagen, ich bin ziemlich enttäuscht von dir. Ja, ich bin enttäuscht von dir. So für ein Jahr lang Dingsdass-Spielern, ne? Hätte ich echt was Besseres erwartet. Ah, man muss da runter! Du hast mich belogen, Alter! Wo denn? Ich weiß doch gar nicht, was es geht, Alter. Ja gut, dass du da in die Fresse aufmachst. Sorry, Alter, ich weiß echt nicht, was es geht, Alter. Alter, hammerhart! Ey, Digga, wie schwer ist das denn, Alter? Ich muss echt langsam da hoch, glaube ich. So richtig langsam, Alter. Fuck, das ist nicht so wie man es macht. Oh, shit, Alter. Digga, das ist überschwer. Digga, scheiße! Langsam, meine Fresse, Alter. Was geht denn ab? Digga, muss ich vielleicht zurück, Alter? Nein, das muss ich nicht. Ey, Digga, das ist so schwer. Oh, scheiße, Alter. Digga! Alter, ich verzweifle hier gerade, ne? Alter, immer falsch hier gegen! Nein! Danny, konzentriere dich! Du hast einen langen Penis! Scheiße! Komm, wieder, macht er sich was vor, Alter. Ah, so geht das, so geht das, so geht das, so geht das. Ich hab's raus, Jojo, ich hab's raus! Jojo! Hast du's? Ja, ich hab's raus. Digga, ohne Spaß, ne? Das ist so ein Scheiß-Bike, Alter. Ohne Witz. Findest du, Alter? Ja. Digga, wahrscheinlich liegt das daran, weil du einfach schlecht bist. Ja, das liegt wohl daran, dass ich dich auf die Fresse hau, wenn ich dich sehe, Alter. Oh, ich hab gleich... Nein! Aber ich hab's fast geschafft, Jojo. Du auch? Ja, ich bin jetzt auch schon gleich weiter, glaube ich. Jojo? Jojo? Ja? Hi. Halt's Maul. Alter, ohne Spaß, das Spiel, ne? Vor allen Dingen mit dir... Warum krieg ich dieses Bike, Mann? Warum krieg ich das wieder in den Arsch gedeutet? Ich hab's gar nicht ausgewählt. Also ich würde ganz stark behaupten, dass es nur eine Ausrede ist. Ja, ich würde ganz stark behaupten, dass du jetzt die Fresse hältst, Alter. Das ist bestimmt keine Ausrede. Boah, Digga, das Spiel... Ja, ich hab's geschafft, Digga! Ja, komm, mach Ende. Ja, würde ich auch empfehlen, ne? Damit du dich nicht mehr rumquälen musst mit deiner Schlechtheit. Nein, 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 nein. Nein, zurück, nein, nein, Mann. Das Spiel, Alter. Digga, weißt du was? Was? Es gibt, guck mal, es gibt ein paar Unterschiede, ja? Es gibt gute Spieler. Halt, ähm... Ja, ich hab's geschafft! Der glaubt, es wird noch viel schwerer. Guck mal, es gibt richtig gute Spieler, ne? Dann gibt's halt noch Spieler wie dich. Oder nee, andersrum. Es gibt gute Spieler, es gibt mittlere Spieler. Und es gibt dann Spieler wie dich. Ja, Digga, es gibt normale Menschen, ne? Warte, pass mal, äh, andersrum. Es gibt coole Menschen, dann gibt's normale Menschen, dann gibt's Menschen wie dich. Was soll das heißen? Digga, das kannst du dir selber ausmalen. Kann ich mir das selber ausmalen? Ja. Digga, wieso soll ich das malen? Digga, warum denn nicht? Oh, fuck je. Nein, nein! Das war so knapp. Kann ich mich eigentlich, äh, bis zu den... Oder nee, ich kann mich noch ins Ziel schleudern, ne? Aber nicht zu, ähm, Punkten, wo ich sichern kann, oder? Oder? Nein, das kannst du nicht. Digga, kannst du mir ein paar Tipps gehen, Alter? So, jetzt bin ich weiter, Alter. Nein! Digga, du bist immer noch ziemlich weit hinten, Alter. Wie ist es so? Wie ist eigentlich die Luft da hinten noch so? Also, die war die ziemlich komisch, der letzten, dass ich da war. Jetzt, seitdem du weg bist, ist sie eigentlich ganz anständig. Ja! Digga, ich bin schon wieder weiter, du auch? Was, du bist immer noch da, echt? Ach, Digga. Nicht schlimm, Alter. Na, Leute, guck mir mal den Jojo zu. Hä, wieso ist das so unscharf, das Spiel? Ach, wahrscheinlich, weil das Spiel deine Schlechtheit nicht scharf stellen will. Und sie mir einen Gefallen tut. Das Spiel will dir einfach, äh, nicht meine Schönheit, äh, in die Kamera präsentieren, Digga. Also. Okay. Digga, ohne Spaß, ich kann bei diesem einen Platz überhaupt nicht weiter. Das habe ich überhaupt nicht. Sehr gut gemacht, Jojo. Sehr gut gemacht. Warte, du liegst ein bisschen zurück. Weißt du was, ich sollte dir eine Chance lassen. Ja, jetzt kann man bald wieder auswählen, ist klar. Jetzt kann man es wieder, ne? Natürlich. Wenn du jetzt verlierst, schimmst du dich dann? Sei ehrlich. Ja, ich kann das Rennen nicht mehr, Gefallen, Digga. Ja, ich weiß. Ziemlich peinlich, Alter. Also, du hast jetzt in Black Ops 2 verloren, in Trace Evolution. Wenn ihr mehr sehen wollt, wie Jojo verliert, einfach Daumen hoch geben. Die Fresse. Aber es macht übel Spaß, gegen dich zu betteln, weil wenn man gewinnen will, dann kann man einfach gegen dich spielen. Also, es macht auch übel Spaß, mit dir zu reden, weil wenn man sich wieder gut fühlen möchte, dann redet man einfach mit dir. Ist das nicht ein Kompliment, Digga? Ist das nicht ein Kompliment? Ja, Digga, das kannst du selber entscheiden. Alles klar, Jojo. Du hast mal wieder ziemlich schlecht gespielt. Aber ist ja egal. Halt die Fresse, Mann. Ja, alles klar, ich bin der Gewinner. Lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt in die Kommentare, dass Jojo verloren hat, damit er es nochmal weiß. Also, man muss ihm das nochmal sagen. Jojo, du hast verloren. Mach's nächstes Mal besser. Gib dir Mühe irgendwie. Und abonnier jetzt meinen Kanal für besseren Sex. Link in der Beschreibung zu Jojo. Und ich bedenke mich bei ihm, dass er dieses Mal mal wieder verloren hat. Halt die Fresse. Ich überlasse dir das Schlusswort. Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, natürlich Glück im Spiel, Pech in der Liebe, das Motto von Danny Burnett. Und 3, 2, 1, ciao.